Hier ist Gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobold. Unser Thema heute Emily Aust und Fall Creek Nursery. Wir sind hier mitten in Central Oregon in den USA. Besuchen neben allen Ferienaktivitäten auch ein paar Baumschulen, unter anderem Fall Creek Nurseries und fragen jetzt Emily, wer bist du und was machst du? Genau, also ich heiße Emily Aust und hier ist Fall Creek Nursery, ein Familienbetrieb von meiner Familie. Mein Mann ist Deutscher, deswegen habe ich ein bisschen Deutsch gelernt. Thanks God. Und wir sind ein Blueberry Nursery. Wir haben Baumschulen überall in der Welt und wir entwickeln neue Sorten für Bauern und auch für Gärtner. Was kann denn bei den Heidelbeeren noch besser werden? Die sind doch schon so gut. Ach, das ist die Frage. Das wird mein, etwas, wo ich mein Leben lang suchen werde, nach besseren Blaubeeren, besseren Geschmack, besseren Crunchiness oder Texture. Blaubieren, die besser wachsen, einfacher wachsen und auch Blaubieren, die unglaublich schön sind, die richtig Zierpflanzen sind, wo man die Blaubeeren nicht nur im Garten genießen kann zum Essen, aber auch um die Pflanzen anzuschauen und die im Garten reinzubringen als Zierpflanzen. Herzlichen Dank, Emily. Und dann warten wir gespannt auf die neuen Sorten von Fall Creek Nursery. Tschüss, Dankeschön.